Warum kann ich hier hoch? Oh, deswegen. Vielleicht mit dieser netten Freunde da. Ich will mich nicht honken lassen. Ne, danke. Okay, jetzt gibt's sehr viele. Kommen wir mal was cooles. Oh, wieder für jemand anderen. Ja, scheiße. Das sind ja für die zwei Könige. Wer kann denn damit rechnen? Ah, die hat ja noch ein Freundschaftsding. Nux. Hm. Hab ich das mal vorher gesehen gehabt. Äh, ich möchte was zu essen. Vielleicht. Dann würde es mir vielleicht besser gehen. Aber hier ist nirgends was in der Nähe. Warum ist hier nirgends 14 Laden in der Nähe? What the fuck? Hier kannst du Obst kaufen. Ja, aber nur eine Art von Obst. Das hat das dämliche. Okay, wir gehen da lang. Da gehen wir mal los. Dann komm. Ich hab Bock auf... Stress. Wir kommen auf den König. Was ist das jetzt? Hä? Was ist das? Was das wohl ist? Was das wohl ist? Da steht wohl jemand Wache. Hey, darf ich fragen was da drin ist? Das hier ist nichts für Touristen. Geh weiter. Wow, wie unhöflich. Ist ihm nicht klar, dass er mich damit nur neugieriger macht? Hey, wir sind doch beide einfache Arbeiter, oder? Ich kann es mir zum ersten Mal seit Jahren heißt Urlaub zu machen. Und will die Stadt voll auskosten. Und es langweilt dich doch sicher brutal hier wach zu stehen, oder? Ich ploddere immer gerne, falls du dir was von der Seele reden willst. Hm. Du bist echt ein witziger Kerl. Lass irgendwas an dir. Man merkt, dass du schon mehrfach übel durch die Mangel genommen wurdest. Vielleicht bist du ja gar nicht so übel. Das ist ein Mayong Salon. Die Besitzer haben eigentlich keine Glücksspieldizenz. Deswegen müssen sie das ein wenig geheim halten. Aber wenn du das Ding willst, wenn das dein Ding ist, könnt ihr euch nicht reinlassen. In meinem Community ist hier nicht so groß. Aber das Niveau ist ziemlich hoch. Oh, ich verstehe. Jetzt verstehe ich. Danke, dass du mich einweist. Irgendwann heißt es. Vielleicht komme ich auf dein Angebot zurück. Okay, gut. Dann hast du ja noch ein Spielding gefunden hier. Oh ne Junge. Immer nur spielen, spielen, spielen. Leg mal nichts anderes, du Leute hier, ne? Hier ist noch ein Laden. Hier ist noch ein Laden. Immer noch so ein Mop-Ding hier. Ja, so einen krassen Mop haben wir noch nicht, glaube ich noch nicht gefunden. Und wer dann recht. Hier, 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 hier. Ich sag einfach nur, sehe, was die Preise sind. Äh, Lüff. Lüff, 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 Lüff. Okay, wir werden mal hier lang. Okay, werde schon davon gewarnt. In dem Gebiet. Oh, okay. Guck mal, vielleicht drehen die ja um. Vielleicht hab ich ja Glück. Könnt ihr dir bitte umdrehen? Ihr werdet mich wahrscheinlich so hart zerficken. Hab ich gar keinen Bock drauf. Hm. Wenn immer wieder eine läuft. So lauf ich zum Glück nicht. Ist hier noch ein anderes Gebiet drin? Hier ist ein anderes Gebiet drin, hm? Aber... Nicht schlecht oder so. Äh, Sandwiches. Yay. Game-Bow-Bagel, hm. Dedikatessen-Kaffee, what the fuck. Ich nehme hier ein Sandwich mit dir. Danke. Danke. Und so sind wir uns alle freuen dazu. Hey, hallo. Hallo. So. Schön, dass die alle jetzt ausrasten. Ja. Ja. Wenn wir ein paar neue Leute kennen. Da ist auch noch einer. Ach du meine Hütte. Vielleicht hab ich schon... Warte, kann ich das mitnehmen? Warte. 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 Ich habe mich geradeaus von den Kopf. Warte. Warte. Ich habe mich ein Hammer. Ich habe meine HügeARE. Was ist immerhin das? Warte. Ich habe mich im Betrag derock, hm. Ich habe mich auf das mal. Was ist immerhin das? Warte. Warte wie ein ich. Ist immerhin das von... Warte, das ist immerhin, machbar! Oh, ich habe mich im Betrag der infectious. Ich habe michon gemacht. boom bingung karte voll abgeschlossen 41 durch abschluss zum bingung werden neue events freigeschaltet dann ist es so sehr freundlich sehr freundlich einiges jetzt gesehen So. Ja, den würde ich da noch erstmal aufschieben, weil halt eben so hoch das Level hier ist. So, dann hätten wir jetzt hier oben noch was. Und wir hätten hier noch was. Ich hätte auf jeden Fall gerne noch was, wo ich mich jetzt mal heilen kann, da. Ja, ich hätte gerade den fahren, danke. So. Dipp, 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 dann hören wir uns mal. Hallo. Ich hätte gerne, oh, das hätte ich da gerne. Nehmen wir mal den hier. Und dann nehmen wir... Warte, können wir denn Nusse nehmen? Brauchst du noch hier was Teures nehmen oder was? Dann nehmen wir halt hier noch hier. Dann sind wir alle happy, jawoll. So. So. Ich danke auch. So freundlich. So, haben wir das alles. Dann können wir jetzt die zwei Aufgaben dann noch machen. Äh, also zur Nebenaufgabe können wir die noch machen. Dann könnten wir, glaube ich, die jetzt hier auch angehen, dann jetzt langsam. Dann können wir uns schon mal hier überall ungeschont vorbei kämpfen. Äh, und vor allem würde ich dann gerne auch nochmal hier hingehen, was, glaube ich, nur wo das Areal ist. Da mal ein bisschen gucken noch, was da so abgeht. Aber das machen wir gleich nach der Pipi-Pause, würde ich sagen. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder und wir gehen direkt mal zur Nebenquest, würde ich sagen. Ja, das sind die Kräuter, nice. Noch mehr Waffen. Aber gut, können wir alles schön verkaufen, ne? So. Dann geben wir es nur noch. Äh, so. Nein, ich wollte gerade grüßen, Mann. Wir haben diese Leute, die mir meine Leute vertreiben. Quatsch. Sehr schön. So, und wir haben... Oh, Geld kriegen wir noch einmal. Herzlichen Dank. Letztes Mal stand so irgendwo anders. Na, sogar jetzt andere dazu müssen es. Ja, Nagi, ja. Ich muss mal denken an Yagami aus Death Note. Ich muss schon mal dran denken an den Typen. Weil der hat irgendwie so ein bisschen ähnlich gekleidet das auch. Wenn wir ein bisschen nichts wie so hat. Glaube ich. Jetzt werde ich nicht mal eine Netflix-Version hier. Hallo, hallo. Äh, ne, wir sind schon cool. Okay. So. Barschneider. Ich hab den Garschneider immer ganz verkauft gekrischt, oder? Let's dance! Ich muss mal was verkaufen, komm. Ich hab den Garschneider noch. So. Ach, schön, das finde ich echt. Zweig, das ist voll Geld da kriegen. Oh, moin, moin. Alles fit? Oh. Nicht meine normale Nachricht, ich hab's gelesen. Ich musste ja hier permanent irgendwelche Bots sparen. Das ist nervtierig. Ist... Ah, der ist auch nicht mehr. Stimmt, der war ja ein König, ne? König gehen ja weg, stimmt. Der... Mütze ist doch. Der dann zu so'n komischen Roboter wurde. Ach, schon einfach toll. So, weiter geht's. Äh, mit dir sind wir auch cool. So schön. So. Okay. Matt, ich kann, äh, kann ich bitte ein Autogramm haben? Oh. Hä? Ach, das ist wieder, ach, der Hula-Hoop-Typ, was? Der Hula-Hoop-Typ, Ukulele-Typ, so. Hula-Hoop, hier komm schon von mir hin. Äh, gern doch, danke für deine Unterstützung. Oh mein Gott, das ist Matt Tropico. Gibst du mir ein Autogramm? Ja auch. Ei, ei. Klar doch, kein Problem. Ich lebe mir für euch alle Zeit, also bleibt ganz entspannt. Das ist doch der Typ, der Ukulele gespielt hat. Jetzt gibt der Platz schaufenweise Autogramme? Er muss wirklich berühmt sein. Er wirkt aber trotzdem total bescheiden. Jetzt wird mir klar, warum ihn alle so mögen. Oh, jetzt kommen die bösen Tiddies. Einen Moment. Äh, so. Hey, du da drüben. Ist das nicht der Kartoffel-Typ? Okay, er hat irgendeine TikTok-Challenge verloren oder was? Was? Ja, das ist er. Hey, wo ist dein... Wo sind die Knollen? Haben sie mit dem Gras zusammen geschmeckt? Sag was, Kartoffelkopf. Kinder sind so gemein. Äh, es war anscheinend was dran, okay. Äh, was reden die denn da? Kartoffeln? Was, was? Das war's? Dafür bin ich jetzt hingekommen? Weil... Bin ich ja schon ein bisschen enttäuscht. So, äh... B-b-b-b-b-b-b. Fangen wir noch um was? Wo geht die Mission weiter? Ja, jetzt hier drin. Der Preis des Rums. Klingt wieder sehr poetisch. Äh, fangen wir eine neue Quest an. Machen wir erstmal die weiter. Ich glaube, wir machen die erstmal weiter hier, ne? Klingt, glaube ich, ganz gut. Was ist da denn los? Ich guck, da ist da denn los. Ops. Okay, das war jetzt nicht mein Plan gewesen, um welche Gegner reinzufallen. Aber... Batsch. Ey, sagen wir, der Name-Spike war doch schon leer. Warum hat der Mann sich nicht weiter runtergegangen? Er hat einfach nur ein Angriff gereicht. Oh, ein neues Hundi. Hallo. Ja, willst du Hundifutter haben? Ja. Natürlich willst du Hundifutter haben. Ich hoffe, dass ich nicht mehr so viele Hundifutter habe. Ich könnte ja mal statt Kräuter wieder Hundifutter finden. Das ist ja schön. Oh, ein bisschen Kacke sammeln. Ja. Exkremente. Dann geht man einmal dafür in der Achievement. Äh, okay, man ist ja hoch. Äh, ja. Hule, KI, der Vögel. Ach, guck mal, hier ist ein Koffer. Ah, hier ist nur eine CD gewesen. Ah. Oh nein, soll ich jetzt Angst vor euch haben? Okay, zudem na, yo. Oh ja. Handeln. Genau, der Name. Autoverkäufer. Ey, die haben 50 Pfannen in den Händen, aber sind Autoverkäufer. Genau. Die kann man ja nicht schocken, oder? Ne, die waren ja gesperrt. Aber hier muss man wieder jemandem helfen. Einschreiten. Dann. Batsch. Batsch, Batsch, Batsch. Warum ist es jetzt nicht in den anderen reingeknallt? Batsch, Batsch, Batsch. Was für eine Überraschung, dass wir diesen Kampf gewonnen haben, ne? Oh, da habe ich gerade etwas vergessen gehabt. Muss man eben den machen. Sonst haben wir wieder gleich Asikruenton. Als Christ hat es zwar eben kurz, aber egal. Das hatte ich eigentlich in der Pause machen sollen, habe ich aber vergessen. So. Da ist noch los. Na, nicht voll. Batsch, 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 Batsch. Ey, lass mich durch. Ich wollte das Wasser tatschen. Ey, was guckst du mich so an? Und. Batsch, Batsch, Batsch. Schön. I love this Knopf. Okay. Ging auch nicht wirklich viel, ne? Aber immer Geld kriegen wir. So. Oh, mit einem Schlag. Zwei Stück. Steiler Aufstieg. Was ist das denn? Aber jetzt mit mir befreundet sind, oder was? Okay. Okay. dass solche sachen jetzt hier nur wegen den Feuerkünsten jetzt gewesen zu sein. Aber cool, dass ich mit solchen Leuten noch so einen Neusatz so ein bisschen gefällt mir. Ach ja, es regnet wieder und du stechert euch, ne? Das sieht ja auch noch aus. Hallo? Hab ich jetzt auch was umgeworfen, oder ist hier Wartenwitz eingeschlagen? Und weg, hat schon, hat schon. Sehr schön. So, ich kann einen hier rüber. Hallo, anhalten. Ach schade, ich kriege echt keine Graz-Magazine, ne? Gebe echt für einmal. Irgendwie ein bisschen schade, aber gut. Äh, haben wir Geld zum einzahlen? Geld einzahlen? Oh, ein bisschen was. Ja, haben wir da bei 2000, immerhin. Ist doch schon mal was, finde ich. Ich weiß ja schon, wo wir jetzt wieder die nächsten 3000 versenken könnten und so. Bis von daher. Ah ja, wir gehen. Was machst du denn? Ah, du tust. Was machst du denn mit? Du hast nicht gewerkt, was ich machen? Ich mache das. Ich mache es. Ich mache das. Du hast recht. Okay? Was? ich bin froh ich möchte gerade sein ich froh bin dass der kerr mein anzug steht da ist wir haben ihn ja schon in sehr vielen jacusa teilen in der windel gesehen oder in diesem teilen schon von daher ich bin froh aber wahrscheinlich haben sie keine windel mehr ne? pasuka san uns quellen die windeln aus den taschen bist du bereit für ein bisschen schnee zu sorgen? jo machen wir mal los gehts nakem machen wir der frau einen wunderschönen tag ja Wie ist das? Ich bin der Herr von Elie. Ich habe immer noch nicht in der Hause gearbeitet. Ich habe mich immer wieder aufgeteilt. Ich habe es geschafft, aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, dass ich jetzt nicht mehr machen kann. Ich habe es nicht mehr als Herr von Elie. Ich habe es nicht mehr. Was ich mich gerade frage, by the way, ist, äh, wie ich beim Putz unterbrechen, er sagt ja, das wäre jetzt die letzte Nacht für sie, ne, wie es ja die Ärzte sagt, ja, die überlebt wahrscheinlich die Nacht nicht. Hätten wir jetzt einfach die Story weitergespielt, wäre die Mission dann einfach gescheitert? Oder wäre sie einfach verschwunden, so nach Motto, hätten die ja von der Final Fantasy angefangen oder so. Das würde mich mal interessieren. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht gehabt. Hm. Wäre jetzt irgendwo verständlich, wenn es so wäre, wäre aber als Spieler doof, wenn man halt alles sehen wollen würde, ne. Von daher, hin und her wäre das. Äh, ja. Aber, wie gesagt, es gibt ja Spiele, wo halt eben Nebenmissionen halt verschwinden und so weiter oder man die halt nicht schaffen kann. Man sieht, Rich, äh, ich meine, bei Horizon war es auch so gewesen. Deswegen, von daher, bin ich immer so ein Typ, der erstmal Nebenmissionen macht und die erlebt und dann halt eben die Story, wenn halt nichts mehr geht, die Story weitermacht. Ist am besten, glaube ich. Du bist auch ein Typier, der look, ist gar nicht so. Ich habe mich fühlt, dass du dich fühlst. Ich habe mich für mich gearbeitet. Heute ist es so. Ich habe mich von dir viel Liebe bekommen. Eri... Deswegen... So, lass uns auch sagen. Ich bin eine Art von ganz schön... Ich bin ein Ideen für mich. Ich bin ein Ideen. Ich bin ein Ideen für dich. Danke, Kassula und Kümlich. Ich bin ein Ideen für mich. Ich bin der Gondarra-Gumi! Das ist ein Künstler! Ich werde es tun! Papa... wird es nicht genug, oder? Oh Gott! Ich werde es nicht genug, wenn du den Künstler benutzt. Wenn du das Künstler auslösst, dann kannst du das Künstler auslösst! Hei! Um...もちろんだ。 ワシはエイリーのためならなんだってできるさ。 魔法使いにだってなれる。 このくらい朝飯前だよ。 だから... だからもっとしてほしいことはないか。 何でも言ってくれ。 お願いだから。 でも、もう十分よ。 こんな素敵な贈り物をもらって。 私は世界一の幸せ者ね。 ありがとう。 十分なんて祝ってくれ。 ワシはまだ。 それじゃあ、最後のお願い。 な、なんだい? 笑ってちょうだい。 あなたの笑顔を見ながら眠りたいの。 せっかくきれいな雪なのに、 王子様がそんな顔じゃ、台無しだものね。 だから、お願い。 ああ、そうだで。 うん。 その通りだ。 おやすみ。 さて、カールのおやすみ。 おやすみ。 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 な、かそく。 おやすみ。 わらえるほどきれいな雪を 見せられたと思うんぜ。 せやな、 Das ist auch eine Leistung, ne? Lass es schneiden, Bandit. Und wir haben ihn jetzt auch noch als... Ach du mal, Alter. Hier führt fast bei jeder großen Quest jetzt... ...dem Quest, äh... ...einen Typen dabei aus, ne? Jetzt überlegen, damit schon... ...sieben Stücke. 5000 kosten die beiden etwas. Die machen wir für den Schaden, ne? Der kostet 300, äh... ...macht magischen Baustschaden, okay. Und es besteht hier... Ah, da können sie den Gegner verängstigen. Oh, schön. Cool, cool, cool. Okay. Dann haben wir das auch erledigt. Ja, ich würde sagen, gehen wir jetzt einfach mal dahin. Ist das vielleicht einfach nur wieder ein Baum? Oh, da waren doch nicht die Bäume, oder? Äh, falsch. Stimmt. Ich wundere mich gerade. Ich kann ja mal unseren Scooter nehmen. Naja. Muss ich jetzt eigentlich für meine Ladung mehr Zahlen fetten gerade? Oh, da war jemand. Hallo, Sir! Hi! Es geht, mein Bruder. Schön, dich zu sehen. So. Und ich mag es einfach... ...einfach Geld zu verdienen, so ein bisschen auf den Weg dahin. Ich mag es einfach nicht. Watsch, watsch. 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 Es war echt übertrieben, dass wir den Schläger so hart abgegradet haben, aber... ...es zahlt sich auch wirklich aus, wie man sagen, ne? Eine Blendgranate. Oh, okay. Na, Shitt hat. und mehr und batsch batsch sehr schön so sehr schön sehr schön so dass die nächste ist so wo muss man denn hin wahnsinn spa das hat keinen sinn Tripsal zu blasen tut mir leid ich weiß ich weiß es ist nur es wird sich nicht mehr ändern okay das beste ist sie mit einem lächeln zu verabschieden wie kannst du das nur von mir verlangen wie sie gehen für immer weg und du willst dass ich lächle es tut mir leid aber lass mich einfach in ruhe einer warte man an was war das beziehungsprobleme kann irgendwie ein bisschen anders würde ich sagen oder ergang paradies wo geht es weiter hier geht es weiter warte hallo heindru so wenn wir mal geld haben kommen wir gleich auch nochmal shoppen gehen jetzt machen wir mal wieder vor und auch ein guter hier müssen wir versuchen zu farmen klar die koste metal abs füllen wir damit jetzt nicht aber hey wir verdienen mal ein bisschen Geld und das finde ich aber auch schon den nehmen aber auch schon so hallo hallo den haben wir nicht mehr ok genauso wie den dann packen wir mal ein so Hundefütter haben wir kaum noch so dann einmal so dann einmal so würde ich jetzt einfach mal so sagen würde ich jetzt einfach mal so sagen dann ja oh ups oh oh davon wieder ein bisschen vorrat um das du Es wird auch nicht sehen, es ist ein bisschen mehr.